Mit den klassischen Whirlpools, dann Entspannung pur, das ist dann wirklich Lebensgefühl. Dafür stehen wir auch. Also Wellness für zu Hause. Was kann der alles? Das ist unser Marin, ist ein voll ausgestatteter Pool mit zwei Jetpumpen plus eine Umweltspumpe, ist ausgestattet mit LED-Farblicht. Sie haben hier jetzt auch Stereo dabei, also integrierte Lautsprecher auch im Pool, ganz wenig Pflegeaufwand. Das sind natürlich dann auch die unterschiedlichen Jetpumpen, die ich einstellen kann, also wo ich über die Regler dann auch die Luftzufuhr steuern kann. Ich kann dann auch Luftsprudeln noch dazugeben, kann auch die einzelnen Sitze dementsprechend steuern, also wo ich mich gerade aufhalte, mit welcher Intensität ich dann auch massiert werden möchte. Also sie können hier wirklich auch den persönlichen Duft sich reintun. Das sind so Einsätze, die man hier reingibt. Das geht dann mit dem Luftsprudel, wird das dann verteilt, sodass sich das auch so über die Wasseroberfläche sich ausbreitet.